Hallo und Willkommen zurück zu Direwolf 20 Modpack. Ja, wir sind mal wieder hier in unserer kleinen Welt und es ist schon wieder etwas länger her für mich, wo ich das letzte Mal gespielt habe. Ja, was ich auf jeden Fall gemacht habe, ist ein Slice and Splice und ich habe einen Zombiehead gefunden. Den können wir jetzt mal kurz verwursten, damit wir hier vorankommen. Äh, genau, da muss ich, da muss ich. Stimmt, jetzt fällt mir gerade ein, was ich noch machen muss, aber ja. Äh, jetzt weiß ich, ich weiß noch, was ich machen sollte, aber ich wollte ja erst mal hier die Farming Station machen. Das ist die Frage, wo habe ich die? Crystals, hier. Sonst habe ich eigentlich alles, oder? Oh, äh, Electrical Steel. Electrical Steel. Hatte ich doch, oder? Steel Ingot. Öh, äh, Elektrik. Kein elektrikes Steel. Ah doch, hier. Vier. So, dann habe ich die hier. Dann brauchen wir noch eine Diamantenruhe. Genau, hier, eins, zwei. Und Stickies. Zwei. Nehmen wir die hier, so. So, dann haben wir die hier. Und können dann direkt craften. Farming Statione. Erstmal den hier. Und dann dich. Oder auch nicht. Eins, zwei, drei, vier. Frame. Du und die. Farming Station. Sehr schön. Und die können wir dann unten auf unsere kleine Farm stellen. Ich habe da gerade was. Ich dachte, da wäre jetzt was abgegangen. Etwas Dingsbums. Gut. Okay. Habe ich da vergessen, ein Ding zu setzen. Hm. Strange. So. Möchte ich nämlich dich hier hinsetzen. Du musst theoretisch Energie bekommen. Was du natürlich nicht bekommst. Äh. Was ist hier? Ja. Ender Mini. Der ist ja nochmal ein ein wenig kleiner. Genau. Und dann haben wir ja hier weg. Und ah. Kacke. Da war was. Und dich brauchen wir eigentlich auch nicht mehr. Komm. Beim Ender Mini ist es immer ein bisschen umständlich hier was abzubauen. aber dann können wir hier direkt eigentlich noch wieder zubauen. So. Äh. Lieber vorsichtig bauen, bevor wir hier kaputt gehen. Bad Mode. Äh. Äh. Geht nicht. So. Dann. Äh. Komm her. So. Ja. Ich weiß noch sieht's. Ist jetzt aber erstmal irrelevant. Hä. Du kommst hier hin. So. Und hier die Energy Cell. So. du gibst aus. Sehr schön. Du bist am Start und jetzt brauchst du noch das. Ne. Ich möchte nur 16 davon. Davon. Und davon. So. Äh. Jetzt brauche ich noch. Jetzt muss ich gerade selber mal ein bisschen. so. Müsste der dann wahrscheinlich auch die restlichen Sachen innehalten. No hoe. Okay. Äh. Er braucht eine hoe und eine Pickaxe. Sollte machbar sein. Eine hoe und eine Pickaxe. Machen wir mal eine Eisen. Hoe und Pickaxe. Äh. Drei Fünf. Genau. Sticks brauchen wir dann auch nochmal. Und zwar hiervon. So. Und schwupp. Und schwupp. So. Ups. Ein Stick zu viel. Ne. Zwei sogar. Und dann gehen wir mal runter. Ich hoffe mal, dass das Ding auch Bone Meal dann nehmen kann. Ich bin mir aber nicht sicher. rein, rein. Okay. Sehr schön. Gehaut hat er. Jetzt müsste man eigentlich gucken. Eine Watering Can. Müssten wir eigentlich auch schon machen können. Äh. Watering Can. Das war die hier. Genau. Ah ja, da brauchen wir Bone Meal. Oh, wir können aber auch aus Stone und einer Bowl. Das ist gut. Haben wir nämlich drei. So. Und aus Clean Stones. Davon haben wir ja noch ein paar. Vier war es, glaube. Probe. Empty. Ja. Sehr schön. Her damit. Pi. Miss. Also muss das echt über Bone Meal funktionieren. Mää. Mää. Das mag ich jetzt aber nicht. Egal. Dann Bowl Empty. Ach, da steht es ja auch. Peaceful Mode only. Naja. Das war, glaube ich, so. So und so. Genau. Schwupps. Die ist natürlich noch leer. Und voll. Und damit tickt das Wachsen eigentlich auch schneller. Genau. Hier müsste es dann auch langsam ankommen. Die ist schon zu 71% gewachsen. Äh. Äh. Und da ich wieder mal vergessen habe, den ganzen zu machen. Machen wir mal ein bisschen Minecraft Musik an. Sobald sie lädt. Tut sie nicht. Egal. Schauen wir mal, ob wir es damit wachsen lassen können. So. Hüpf, hüpf. Dass die Maschine hier ein bisschen anfängt. No seats. Okay. Lass mal die mal wachsen. Äh. Beziehungsweise, was ich schauen muss, ist dann später. Warum kommt da jetzt keine Musik? Dann. Hm. Komisch. So. Die werden abgeharvestet. Sehr schön. Und. Genau. Machen wir die alle mal aus. Der Baum müsste eigentlich auch wachsen. Theoretisch. Theoretisch. Die Settlinge machen wir auch mal hier rein. Habe ich es aufgenommen? Ja. Äh. Du kommst da hin. So. Also die Karotten und so, das funktioniert. Wow. Der Baum hat es auch geschafft. Sehr schön. Gut, gut, gut. Jetzt müsste der eigentlich langsam anfangen auch zu choppen. With active always. So. Und hier können wir dann natürlich auch. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Äh. Ich möchte natürlich erstmal ein bisschen brauchen wir noch Bone Meal. Ah. Bevor ich es vergesse. Schaffen wir es noch? Schaffen wir es noch? Nein, natürlich nicht. Shit. Äh. Bad. So. Komm, flieg. Danke. So, damit wir auch wieder schnell zurückkommen. Schwupps. Einmal ein Portal gesetzt. Und dann möchte ich ein paar Bones haben. Ein paar. Wo sind denn hier ein paar Skelette? Das ist ein Creeper. Hier. sehr schön. Sehr schön. Einer. Daraus kriegen wir schon mal vier Bone Meal, wenn wir es in Pulverizer schmeißen. Aber ich muss mal gucken. Vielleicht muss ich auch mal eine. Da ist noch eins. Sehr schön. Warum ist denn hier alles so allgemein ein bisschen leise? Ist also auf 50%. Sound, Music. Machen wir es mal auf 30. Back. So, müsste eigentlich jetzt auch okay sein. Schauen wir mal. So. Dann gehen wir mal hier runter. Äh, hier. Oh, zwölf sogar. Sehr cool. Das passt ja. Theoretisch. Kann dann nämlich auch Bone Meal nehmen. Oder geht es nur in den neueren? Nee, es geht nur in der neueren Version. Schade. Äh, genau. Dann fliegen wir noch mal schnell hoch. Und damit wir noch ein bisschen besser Energie produzieren können, möchte ich äh, nee, brauchen wir gar nicht. Wir haben ja hier einen Sterling Generator. Gut, der ist gerade voll am Laufen. Dann sollten wir uns einen neuen craften. Ster- nee. Sterling, genau. Hier. Der braucht das, das, das und das. G2 von den Basic Gears. Machen wir das mal so. Sticks. Und dann haben wir eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei und dann brauchen wir noch mal das hier. Und dann haben wir vier. So. Äh, eins, zwei. Äh, le petit Gobblestone. Wir haben kein Gobblestone mehr. Doch, hier. Äh, vier waren das. Zwo, vier, sechs, acht. So. Äh. Eins, zwei, drei, vier. Okay. Oder war das so rum? Ja, das war so rum. So. Basic Gears. Dann, eins, zwei, drei, vier, fünf. Davon. Oh. Äh, wir haben keinen Redstone mehr. Oh, Schiete. Da haben wir noch irgendwo einen Pisten rumfahren. Pistone, Pistone. Oh. Fancy. Schiete. Wir haben keinen Pistone mehr. Dann schauen wir mal geschwind hier in Tinkers Construct-Häuschen nach. Ob ich hier schon das weggenommen habe. Upsala. Ja, natürlich. Hier habe ich keinen mehr. Ich möchte nicht mit dir traden. Da ist auch nichts mehr. Da auch nichts. Okay. Vielleicht haben wir Glück und ich habe das hier nicht gelootet. Natürlich habe ich das gelootet. Scheet. Scheet. Äh. Äh, 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 äh. Hier. Vielleicht haben wir Redstone unten. Bei der Kiste. Äh, komm runter. Nein, natürlich auch nicht. Shit. Äh, äh, ja, meine Großansicht. Ja, vielleicht. Danke. Redstone. Wo habe ich denn das letzte Mal Redstone gesehen? Warum höre ich hier überall Kitties? Das macht mir ein bisschen Angst. Hier unten. Nö. Man findet sie eigentlich auf Redstone Level. Eigentlich. Äh, Redstone Level auf Lava Level. Hier haben wir auch nichts mehr. Fug. Äh, das nenne ich mal klassischen Showstopper gerade. Äh, machen wir dich mal dicht. Komm. Tch, 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 tch. Make. Okay. Redstone. Ah, Redstone. Sehr schön. Und Bad Mode. Dann können wir hier runter schweben. So, gemütlich. Redstone. Sehr schön. Redstone brauchen wir immer. Äh, dich brauchen wir nicht. So. Wo war sonst noch Redstone? hier. Und hier. Dürfen wir jetzt nur nicht runterfallen. Die Lava. Das wäre natürlich mal wieder, äh, klassisch. Meine Art zum Spielen. Nämlich sehr, sehr unvorsichtig. Hehe. Also, so wie immer halt. Hat's kurz gelegt. Das ist komisch. So, Redstone. Knappen Stack. Das ist keine schlechte Ausbeute. Muss man so sagen. Surtis Quartz. Ja, verrecke. Immer. Surtis Quartz ist ein Must-Have. Äh, Gravel kann weg. So. Die XP Berries würde ich auch gerne mitnehmen. Machen wir aber ein anderes Mal. Da ist auch noch Surtis. So. Oder ne, das ist Charged. Oh, noch besser. Ja, du kommst weg. Du bist eh kurz vor Ende. So. Da ist auch nochmal. Ich wollte mit Redstone kommen und gehe mit viel zu vielem. Eigentlich. Äh, da. Oh, oh Gott. Na, Zombie? Es wird mich jetzt wundern, wenn du da irgendwo langkommst, dass, äh, Gott, ist hier viel. Dann können wir echt bald anfangen mit AE2. Sind's noch irgendwo? Da in der Decke ist natürlich. Service Quartz. Noch mehr sehr gut. So. Und dann war noch hier. Es hat Charged zu Quartz. Sehr schön. So. Sonst noch irgendwo zu Marble will ich auch irgendwann mal mitnehmen. Sieht soweit hier alles gut aus. Okay. Dann müssen wir in die Richtung wieder. Dann haben wir eigentlich alles, was wir brauchen. Dann können wir uns Pisten Pisten ohne jetzt meilenweit wegfliegen zu müssen. Schneid. Was ich mir auch noch überlegt habe, ist hier so einen kleinen Ring rumzuziehen, den wir hier komplett ausleuchten und dann auch unser Eigen nennen können. Aber das möchte ich dann offscreen machen, wir sonst zu lang daran sitzen würden. Da brauche ich Cobblestone. Hier hatte ich noch einen Stack. Genau. Ich habe wieder viel zu viel Zeug mit der Manne. So. Cobblestone. Nehmen wir mal einen halben Stack. Und dann passt das. So. Und Löholz. Komm, weil wir es haben. Und hier. Hä? Bin ich zu blöd, einen Pisten zu machen? Pisten. Ja, bin ich. So. Du kommst weg. Du kommst wieder dahin und da brauche ich dann noch einen Ofen. Lass mal hier rein. Und fünf Clean Stones. Abel gechiselt. Ich schmeiße mal kurz weg und lege dich da rein. So. Und dann muss ich auch noch auf Mining Tour gehen. weil sonst habe ich keine Möglichkeit wieder Zeug zu bekommen. Sterling Engine hier. So. Aber hier eine Sterling Engine. Und Items. Item Conduit. Hier. Die Item Conduits. Conducting Iron Nuggets. Haben wir zwei. Toll. Ich muss den ganzen machen. Da führt kein Weg drumrum. Dann brauche ich ein Iron und eine Ender Pearl. So. Schub die Hubs. Und da brennt schnell. Schon fertig. Sehr schön. Haben wir hier. Und dann können wir uns Item Ducts machen. Hier. So. Acht Stück erst mal. Weil wir sonst keine Möglichkeit haben. So. Dann brauche ich noch äh Barrels. Java Barrels. Die werden mit Wood Plank und Locks. Ja. Da ist mal wieder echt top. Vorbereitung hoch 10 nämlich nichts. Da lang. Und das Ding wird natürlich nicht abgearbeitet. Hammer. Okay. Jetzt muss ich mal kurz mein Handy auf Leute schalten. So. warum machst du nichts? Ist hier echt zu achso wir haben hier kein Wasser mehr. Da war was. Habe ich? Nein natürlich nicht. Kein Bucket of Water. So. Dann springen wir mal so hoch. Das geht schneller. Wo habe ich denn Buckets? 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 Ich habe doch so viele hier. Chests brauche ich. Auf jeden Fall. Du kommst hier rein. So. Schwupps. Wisst ihr was? So. Ist hier schneller. Water. So. Oh Gott. Die ist schon wieder leer. Shit. Okay. Da müssen wir eigentlich gucken bezüglich Du bist mature. Geben wir der noch das. So. Du kommst her. Du kommst da rein. Okay. Äh. Logs brauche ich. Oh man. Da müsste ich jetzt natürlich nehmen. Wir haben Logs. Ja. das ist auch sehr schön. Äh. Wund Slabs. So. Sechs. so und fehlt uns ein Log. Kann man hier irgendwie craften? Nein. Gut. Dann müssen wir nochmal geschwind einen Baum fällen. Am besten den hier. Weil der am nächsten ist. so und ab nach unten. Und sehr schön haben wir alles. Äh. Und hier hin dass man da auf jeden Fall keine Probleme bekommen. so. Hier hin. Was? Geht es nicht mit den IC2 Sachen? Das wäre jetzt natürlich unschön. Ja natürlich nicht. Geht nicht mit IC2. Toll. Gott. Ich habe zu viel Müll im Inventar. Weg weg weg. 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 Dann habe ich hier die Barrel und den Sterling Generator. Dann hier entlang. Muss ich nochmal nach hier unten in Endermighty. Entschuldigung. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na toll. Oh. Da lang. So. Komm hoch. Wie viel habe ich denn davon noch? Wow. lag. 2 und das Recept. Da habe ich nichts mehr. Hier noch Sand. 4. Dann muss ich den Cobblestone pulver reisen. so. Da haben wir auch keinen Sand mehr. Jetzt müsst ihr auch die ganzen Barren hier mal rausholen. Und die einlagern. So. 1, 2, 3. Dafür haben wir wahrscheinlich keinen Platz mehr. Yellow White, Manilium, Alumide. Nein, natürlich nicht. die außergewöhnlichen Sachen haben halt keinen Platz mehr. Gravel 10. Und wo war es denn? Hier. Recept. Hab ich auch kein Clay mehr? Ich hatte doch noch Clay, oder? Ich hatte doch Clay in Blöcken. Oder verschwindet ja schon wieder Zeug aus dem Inventar. Oder bin ich blöd? Clay. Da haben wir es doch. Sehr schön. Sand. So. Dann können wir nämlich Recept so und so machen. Wir kommen 16 Stück raus und dich kann ich direkt brennen. genau. Da kommt auch genug raus. Und dann können wir uns noch Item Pipes machen. Und zwar 16. Das ist sehr gut. So. Dann haben wir hier die Möglichkeit 3 müssen eigentlich reichen. Ja gut 4 ist besser. Sicher ist sicher. Du kommst naja das wollte ich jetzt nicht so und du kommst weg und hier kommt die Barrel so du bist nichts aber jetzt brauche ich erstmal eine Jeter Wrench ist auf jeden Fall besser zum Arbeiten Jeter so die kostet mich nochmal einen Basic Gear 2 3 4 und Cobblestone 1 2 3 4 1 2 4 und natürlich wieder falsch rum wie immer so und Electric Steel war es oder 1 2 3 und jetzt auf einmal kommt die Minecraft Musik aber ein bisschen zu laut so jeder Ranch sehr schön haben wir hier auch die Möglichkeit jetzt gehen wir wieder in den Ender Mini Mode schwupps Dich zu Disablen Insert und Extract Without Signal Okay Pull Genau Push Genau So Das ist okay und da möchte ich mal gucken ob das schnaggelt Äh Ne nicht die gebacken sondern euch mal abschließen Ach Shit Es war linke Maustaste Insert So und dann wateren wir das nochmal und dann gehen wir hier hin setzen eine Eid Pipe und eine Power ist beide Star sehr schön du gehst rein und dir geben wir mal einen kompletten Stack Max Out Burn Time Eigentlich müsste der direktes Ding powern oder Eigentlich Machen wir das mal aus Why there is no Power Das passt Jeter Wrench In Out Das passt Power ist auch durchgängig Power disabled und jetzt sollte der eigentlich durchgängig da rein theoretisch Power in out so der bildet nichts der auch nicht irgendwo haben wir ein Power lost 6 ups so so weg und schnell noch was essen haben wir noch Fackeln nein natürlich nicht äh die gehen wir mal im Bad Mode Leute ist eigentlich genug Zeug da theoretisch komm oder macht er erstmal alle Slots voll bevor er anfängt raus zu dumpen No Seeds ok da haben wir jetzt ein Seed drin hm lassen wir die jetzt nochmal wachsen und dann schauen wir mal oh Gott wir sind schon wieder über der Zeit wie ich eigentlich wollte äh zwei und noch ein full grown bitte und so no Seeds das gibt's doch nicht ok so push pull und da hätte ich eigentlich gerne normale Seblinks haben wir auch normale Seblinks Sep nee Sub links nope da noch weniger und hier auch wenig dann schauen wir mal ob wir hier noch welche haben von dem Baum wo wir abgeholzt haben theoretisch müssten wir ja theoretisch praktisch sieht schlecht aus Gott hier spawn bliss das ist nicht so toll muss ich da mal sagen ein Zeppling haben wir das ist schon mal sehr gut zwei ok lass mal kurz noch die spawnen vielleicht kommt dir da was wow der macht aber ganz schon bösen schaden blizzrod thermal foundation ok sieht schlecht aus mit den Zepplingen oder sieht schlecht aus dass wir noch mehr bekommen ne da haben wir noch einen sehr schöner so dann gehen wir mal nach hause und schauen wir ob da unten noch was hin bekommt weil ich möchte jetzt dann noch ganz kurz das probieren und zwar du kommst raus und kommst rein so jetzt noch das Zeug hier mal wegschmeißen wieder ich habe zu viel Bullshit immer im Inventar so weg 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 naja dich brauche ich weg dich kann ich auch mal mit nehmen weg okay sterling generator haben wir du kommst wieder hier rein können wir hier hoch gehen weil dann kann ich nämlich und zwar mit H machen wir dich mal auf H 3 ja genau jetzt tut er nämlich Energie aufbauen sehr schön und die dann auch gleich hinsetzen und zwar möchte ich das nein du kommst hierher dass hier Holz drin ist abgeschlossen und zwar du darfst aber auch in über grün und out über brown round robin und du darfst in out insert über brown export auf grün das war falsch so auf blau genau without signal nee er macht ja kein out da mach ich was falsch match so ach ehh and i ender io segmel alloys melder stimmt ich brauche nee ist das combustion engine nee sollte mir noch einen alloys melder hier unten hinstellen der mir charcoal macht kann ich eigentlich aus Holz auch charcoal machen ich weiß es nicht kommst raus und her mit euch so nee das geht auch nicht schade ähm ja dann muss ich mir das nochmal überlegen wie ich das am geficktesten einschädel weil dann sollte ich das hier umkonfigurieren dass der in äh nee dass nur extract da ist nee insert da bin ich mir jetzt gerade echt unsicher weg dran so du darfst insert auf grün und du bekommst auf braun ne insert auf braun und braun wird dann nachher charcoal genau ok dann habe ich das hier soweit mal hinbekommen ist schon wieder leer kommt da schmeißen wir jetzt einfach mal ein stack rein lass mal dich mal auffüllen auf die 100.000 rf äh und dann würde ich sagen sehen wir uns in der nächsten folge von direwolf20 modpack ciao mit v ciao